Would you like living here, Bounty Hunter? Would this place be cozy for you? Huch! Ich wollte nicht wieder zurück. Wieso gehe ich immer... Wieso passiert mir das immer? Wieso gehe ich immer zweimal in Portale? Da oben ist eine Truhe. Ach, hier sind die. Oh, wir können die auch befreien. Okay. So, wo war die Truhe da? Okay. Haben wir noch eine hier? Nee, ne? So. Haben wir noch irgendwo eine Truhe? Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, dass wir hier rumgelaufen sind, weil wir hier zu tun hatten. War hier noch eine Truhe? Nee, ne? Wo ist ja deine Hand in ein Creature. Ja, aber die ist ja nur in seinem Special Hole. Ich bin nicht ganz sicher. Da oben ist noch eine. Wie kommen wir denn da hin? Oh, fuck. Oh, fuck. Wie komme ich denn da oben hin? Kann ich hier irgendwo drauf? Kann ich mich irgendwo hochbacken? Problem ist... Der Jetpack hat ja Mindesthöhe, ne? Äh, also eine Maximalhöhe, meine ich. Nicht Mindest, umgekehrt. Und damit komme ich mal da hinten. Nee, nicht mal da hinten. Also hier vielleicht, weil es buggy ist. Und weil ich mich vielleicht aufs Licht stellen kann. Ja. Ah, wie komme ich denn da? Ich müsste oben vom Haus runter. Kommt man da später vielleicht nochmal hin? Komm ich vielleicht von dem Band? Nee, ne? Warte mal. Also wir haben eine Menge Upgrades, aber die Frage ist, welche brauchen wir dafür? Die für den Jetpack haben wir alle? Okay, auf den Baum komme ich nicht. Reicht das hier? Nee, ne? Haben wir irgendwas, wo wir irgendwie drauf... Auf der Seite vielleicht? Von der Seite einmal rüber, eventuell? Könnte funktionieren, wenn wir da hochkommen. Sieht gut aus. Oh! Hier ist kein Landeort. Oh, fuck. Hier kann man nicht landen. Ich hasse das Spiel manchmal, ne? Du hast eine ebene Fläche und kannst nicht auf der Landen. Und das ist zu hoch. Da kommen wir auch nicht hin. Haben sie gefixt? Wie, was haben sie gefixt? Dass man auf ebenen Flächen nicht landen kann? Wie normale Leute das eigentlich können? Okay, da kommen wir nicht rüber. Fast. Ja, aber nur... Fast reicht ja nicht. Fast in the Furious. Ähm... Das könnte vielleicht hinhauen, ganz knapp. Da ist bestimmt auch noch was. Dash geht nicht, weil für Dash brauchst du Treibstoff. Und den Treibstoff haben wir dann auch nicht mehr. Wie war denn das nochmal? Hier, guck. Das braucht Treibstoff, aber... Vielleicht... Äh, nee. Wir können keine Platte reinsetzen, weil wir dafür diese rotleuchtende Ebene brauchen. Sag mal, aber... Von wo soll man denn sonst hinkommen? Von da oben irgendwie vielleicht, ne? Die Peitsche geht nur an bestimmten Stellen, wie zum Beispiel beim Kabel. Oh, mit Dash ging's. Auf den letzten Meter. Ich glaube nicht, dass man hier so hin soll, aber es ging auf den letzten Meter. Aber der Weg ist bestimmt ein anderer normalerweise. Aber es hat trotzdem geklappt. Ist mir also egal. Hier rüber vielleicht, aber keine Ahnung. Hat funktioniert. Das ist die Hauptsache. Der Rest ist mir egal. So. Das haben sie nicht gefixt. Ich weiß nicht. Ich glaube, das war nicht so geplant, ne? Ah, hier, guck mal. Wir lassen die auch mal frei. Einfach, weil... Naja. Warum fliegt der nicht? Okay. Wahrscheinlich da drüben hin. Ach, guck mal, da geht's noch rein. Hä? Okay. Na gut. Dill, 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 dill. Kämpfe gegen Jonathan Strindle. Oh, er ist Wrestler. Oh. Schau mal. Hört ja mal irgendwann auf. Oh, oh, okay. Hey, not your mask. And I get it. But just keep still so I can kill you. Hey, no. Hey, you took down on me. I got a gun. I got a gun. I got a gun. And I want to keep it that way. Oh, Alter, was? Was? Alter, was ist denn mit dem? Ich hab die Waffe noch nicht richtig verstanden. Ich hab die Waffe noch nicht richtig verstanden. Kreacher war super. Hat gut funktioniert, aber er hat aufgegeben. Ich war zuerst unsicher, wie man die ganzen Wellen bestehen soll, aber der hat ja für alles Moves irgendwie. Und erwischt uns auch immer. Ich glaub, da oben kommen wir nicht hin, ne? Ich glaube, da kommen wir nicht hin. Da ist ein Fahrstuhl, aber den kriegen wir, glaub ich, nicht. Hm. Die Brüder waren aber die nervigsten. Oh, weia. Oh, weia. Hm. Nee, rum ist es nicht. Der kommt nochmal wieder. Ich vermute mal, wir kämpfen erstmal gegen die Brüder einzeln und später noch gegen alle zusammen. Vermute ich mal. Bin aber nicht sicher. Achso. Das ist jetzt eh da lang, ne? So, hier. Hä? Wo kam der her? Weird. Sehr weird. Ehefreund. Dankeschön, lieber Ehefreund. So ein F-Freund? Dankeschön. So, was am Ende hier schön ist. Hey, äh, werd nicht sauer. Ich hab, äh, ich habe, glaube ich, den Computer in deinem Zimmer kaputt gemacht. Was? Da waren meine Pornos drauf. Was? Der hat was? Ich will ehrlich sein, ich hab versucht, mir darauf Pornos anzuschauen. Ja! Dafür ist der ja auch da. Das war doch einfach verzeichnet aus dem Desktop. Namens Hausaufgaben. Und ich hatte erst noch Glück, aber dann hab ich den Computer versehentlich vom Schreibtisch gefegt. Bei welcher Tätigkeit? Bei welcher Tätigkeit? Äh. Oh Gott. Was ist denn? Was zum Teufel? Let's do this shit. Ha! Ist das eine gute Idee hier? Müssen wir hier lang? Da ist noch... Ne, da sind wir gerade durchgekommen, ne? Und da ist diese komische Biene... Ich bin jetzt... Ich bin jetzt wirklich schnell. Ich bin jetzt natürlich... Ich bin jetzt... Ich bin jetzt... Hier hier lang? Da sind wir jetzt... Das ist nicht nur ein Fahrzeug. Ich bin jetzt einfach... Geht. René Ja Ich bin bereit für ein Glob-Shot Tschau Lebt ihr noch da oben, ja, ne? So Frech So, ich weiß, da oben ist ein Scharfschütze Aber ich wollte hier unten nochmal gucken Bevor wir nach oben gehen Kommentare sind so doof Wo geht's denn hier hin? Ich verstehe nirgends so richtig Wir gehen einmal im Kreis I just paid off my student loans Ok, wir können da jetzt wieder hoch Aber da kommen wir auch so hin, ne? Das ist jetzt kein Secret oder so Ok, easy Ja, passt schon Und, äh, hier so Oh Oh, Pop-Door hab da Das war knapp Ok, Kiste haben wir auch hier oben Ist das Messer immer One-Shot? Nein, 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 nein Mit dem Messer machst du immer so und so viel Damage Aber mal mehr, mal weniger Da ist glaube ich noch Ich glaube, da müssen wir hin, ne? Ist das ein Button? Sieht der Button nicht aus? So, sieht der Button nicht aus? Ist auch ein Button Und damit kommen wir hier rüber Aber will ich hier schon rüber? Oder waren wir hier schon? Ich glaube wir waren ja schon Laborkreuzung Ja, ja, ich guck jetzt nur nach Kisten, die wir übersehen haben Haben wir Kisten übersehen? Wir übersehen nie Kisten, wir sind sehr gute Kisten nicht übersehen Weil wir haben jetzt ja noch die andere Waffe dabei Achso, wir haben irgendwas Böses Oh Junge Ich bin glücklich zu dir Bitte sag mir, wie ich helfen kann Ich liebe dich so viel Ich liebe dich Ich verabschiede dir, für mich zu töten, meine Lieblende Juhu Oh, noch mehr Kein Problem Die sind aber noch unten, die kommen noch nicht hoch, ne? Kann ich vielleicht Don't forget about my trick hole Ja, sicher Ja, nice Boah, die Waffe ist mega Boah, diese Kinder, ne? Das sind die süßesten Kinder, die es gibt Außer natürlich eure Was ist denn das? Oh Warte mal Okay Ja, da komm ich von dir aus nicht hin Ja Yeah Nein, klappt nicht Äh, da muss ich glaube ich einmal Ja Das klappt ja gut Das klappt ja sehr sehr gut So, einmal hier rein, bitte So, uah, oh Gott, die ist ja schon vorbei Ähm, wie kommen wir denn jetzt da rüber? Ich hör hier so ein blibblibblib irgendwo Äh, kommen wir denn jetzt da rüber überhaupt? Ja, ne? What's going down? Ja, das wollen wir mal gucken, was hier down goet Wahrscheinlich ich gleich Hey! Okay, die Käfer holen den jetzt Und die machen sich selbst auch kaputt Sehr gut Wow Wow Ich muss nichts machen Wow, sind die dumm Das sind echt dumme Käfer Wow, dümmste Käfer ever Oder einfach sehr aggressiv Jaja, haben wir doch schon, haben wir doch schon Ach, das ist der Tote hier So, Nummer eins ist weg Nummer zwei ist weg Wie viel haben wir denn? Sind nur zwei? Waren wir, waren wir aus Versehen schon richtig? Waren wir schon, waren wir, waren wir da schon Look, I'm just saying, my glove shot might be helpful, you know? Ja, 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 natürlich, aber Hier ist doch keiner mehr Fahr doch nur zwei, ach du heilige, okay Kiste hinter mir Wie Kiste hinter mir Auf dem Radar ist keine Kiste, ich weiß nicht was du meinst Bitte keine, bitte keine Fake-Dinger hier irgendwie, ne? Und bitte keine Trollos Mach das bitte nicht Zumindest auf dem Radar war keine Okay, ich finde, ich verstehe Ich glaube, ich finde, ich bin dein Leiter Gatling Ich weiß, ich weiß, ich weiß Ich weiß, ich weiß Ich weiß не, ich weiß! Ich sage, wir werden mit Warte. Man wird faul mit dem Ding, ne? Da ist noch irgendwo einer, aber ich seh den nicht. Ach da. Ich find die auch süß. Kann sein, dass die Kiste vielleicht vier ist, oder? Oh Gott, wer kommt denn da? Gonna kill this guy. I'm gonna kill this guy. Okay, ready? One, two, und. Oh, come you get to kill somebody. I want to kill somebody. Das war's schon, ne? Die wollen immer, dass man ihre Trick-Holes benutzt, kennst du, ne? So. Guck mal, der hat auch einen Trick-Hole. Ähm, okay, was haben wir denn hier? Oh, ja, nice. Den nehme ich mit. Wir haben ja noch ein paar Sachen, die wir, ne? Wir müssen noch ein paar Sachen kaufen, so ein paar Shards. Okay. Keine Ahnung, wo wir hier sind. Ich habe wirklich gar keinen Plan, ob wir hier irgendwo hin müssen. Ich weiß nicht. Okay, das war's. Okay, das war's. Shit, 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 we lost them. I'm gonna ravish you with bullets. I am so proud of you. I am so proud of you. That's forgetless. So, warte. Neu Warp-Assist, ne? Großartig. Ach, der ist schon down, der andere. Krass. Das ging ja schnell. Warte, warte, ich muss noch kurz weg. Messer ist auch ein bisschen off, finde ich. Oh. Hallo. Beyoncé Stars 2, Teil 4. Jazz und Captain Sklub freunden sich an, um sich gegen eine der gefräßigen Reißzahnbestien des Planeten Hölle zu verbünden. Du bist gar nicht so schlecht, Kleiner. Vielleicht schließe ich mich dir an. Hm, okay. So, da oben ist auch einer. Was? Was? Was hat er gesagt? Was macht denn der? Ich muss dieses komische kleine Ding daneben. Ah, jetzt zurück. Wir machen das Universum ein favorit. Wenn nur sie alle diese Woche waren, du weißt? Oh, danke schön. Und das war's. Was haben wir hier Schönes? Gibt's hier überhaupt irgendwas lohnenswertes? The man with the Linux. Dankeschön. Vielen Dank. Danke für die Witzersatz. So. Frohes Neues. Ich glaub, du bist ein Tag zu früh. Ja, frohes Neues. Hey. Ja, geil. Woo. Die letzten 24 Stunden des Jahres sind angebrochen, Freunde. Die letzten 24 Stunden des Jahres. Nutzt sie weise. Oh, warte mal. Wo war das noch eine Kiste? Irgendwo. Nutzt sie weise. Ist die Kiste hier drin? Irgendwo da oben? Ah ja. Okay. So, wir haben 2300. Geil. Wir können zwei Upgrades holen, glaub ich. Kann ich denn Pay-to-Win paar Stunden für 2022 dazukaufen? Willst du das überhaupt? Willst du wirklich für 2022 mehr Stunden haben? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Jetzt noch schnell die Vorsätze fürs alte Jahr erfüllen. Gute Idee. Ich geh mal schnell ins Fitnesscenter, Leute. Dann habe ich gleich wieder da. Puh. Also ich habe Hoffnung für 2023. Weil die Scheiße irgendwann mein Ende haben muss. Und das alte Jahr mit einem lustigen Kniff geendet hat. Ich glaube, ich glaube, das ist okay. Ich bleibe, ich sage es immer gerne. Ich bleibe Optimist. Das ist immer noch versucht, ne? Oh, hi. Oh, tschüss, Babys. Wenn ihr mit einem Stream kauft und sich ein Spiel wünscht, wie zum Beispiel Hausmeister. Äh, die Option habe ich noch nicht drin. Wäre eine Überlegung wert, aber ich glaube, ich hätte Angst davor. Weil es könnte ja auch ein Spiel sein, was mir gar nicht gefällt. Oh. Ähm. Ähm. Werden... Ist das hier das Drogenlabor? Ist das hier, wo, ähm... Werden hier neue... Warte mal, aber... Ist das... Ich glaube, die Eldings haben da was nicht verstanden, oder? Ich glaube, da... Also, ich meine, theoretisch... Ich weiß nicht, ob das... Ich drück mal auf E. Eine Art Scherenbewegung. Ja, aber vielleicht, wenn die sich zusammentun, dann würde doch alles... Dann würde das doch gehen, oder? Achso. 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 Ich... Oh. Ich... Das war nicht... Das war nicht das Ergebnis, das wir uns erhofft haben. Oh, was sind diese Sachen? Ich weiß nicht. Ich weiß, sie sind meine Kinder. Sie haben eine Art Scherenbewegung. Dann, BAM! Ich schaue all diese weird Freaks right out of my ass. Ich liebe sie alle. Gott, ich liebe sie so fucking viel. Ich liebe sie, little boys. Die Leute in charge hier sind verrückt, weil sie nicht human sind. Niemand wirklich weiß, was diese Sachen sind, aber... Ich liebe sie, irgendwie. Ich liebe sie, wie kann ich nicht? How could a father not love his fucked up little alien spawn? It's impossible. I got this. Ja, kann man auch. Und ziehen, ja, ja, ja. Superhuhn, dankeschön. Vielen Dank, Superhuhn. Merci, merci. Na, weißt du was? Ich hoffe, die Kinder kommen mit. Hell yeah. Oh. Haben wir gerade den... Haben wir gerade... Das... Haben wir gerade... Oh, das ist aber jetzt unangenehm. Gut, vielleicht werden die drei... Das... Vier? Sind das drei oder... Es sind vier. Vielleicht werden die vier... Fünf. Ja, gut, fünf. Das... Ja, die Kinder kommen ja auch klar. Alpenjunge, auch dir vielen Dank. Lieber Alpenjunge, auch dir Dankeschön. Ganz, ganz lieben Dank. So, ja. Die Arschgeburten werden jetzt natürlich eine harte Zeit haben. Was ist denn... Oh, die habe ich hier verloren. Entschuldigung. Ich nehme mich wieder mit. Tut mir leid. Manchmal... Der macht sich manchmal selbstständig. Der Aal. Kann man mit dem irgendwas machen? Nee, ne? Aber haben wir die Menschen jetzt gerettet? Oder haben wir die jetzt... Okay. Gut, dann haben wir die jetzt... Was ist denn das? Grafikfehler wahrscheinlich. Äh, okay. Dann gehe ich wieder zurück. Kann man die Babys nicht killen? Was ist denn mit dir? Krummhorn, du kranker Bastard. Was ist... Hä? Niemals würde ich... Oh, warte mal. Was ist denn da? Ich glaube, es ist supposed zu sein, aber es ist wie Alien Porn. So, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich weiß, was ich nachdem, was ich nachdem. Ich habe mich nachdem, was ich nachdem, nachdem ich nachdem. Honestly, jetzt, ich liebe es, doch. Ich bin nicht sicher, warum ich mich nachdem, aber ich bin froh, aber ich bin froh. Aber ich bin froh, wie alle die Tentacles und die movinge parts. Ich weiß nicht, es ist... Die Dialoge, Alter. Ja, gut, dann, äh, tschüss, ne? Ich rette dich. Sag mal, sind die Magazinen hier zensiert? Willst du mich verarschen? Das Kreuzworträtsel und so? Das ist Alien... Das zensierte Alienborn? Wie du... Und das geht aber. Das ist auch okay. Aber die Zeitschriften, die... Da hört's auf. Und dieser komische Vogelkopf. Was ist denn mit diesem Vogel? Ich will's vielleicht... Kann man da reinschießen? Also hier, so kann man da... Nee, ne? Wir kommen, glaube ich, gar... Ach, doch, warte mal. Hat das was gebracht? Hat das jetzt was gebracht? Ich bin unsicher. Okay, das haben wir schon gemacht, ne? Der weiß jetzt nicht, was er machen soll. Okay. Hat funktioniert, aber was genau... Ach, da oben kann man doch reinscheißen. Ah, okay. Ich übersehe die manchmal. Ah, alles klar. Ah, hier hängt alles zusammen. Oh. Oh. Shit. Was für Essen heute? Wir können uns nachher nachher alles töten. Oh shit. Wir haben uns verloren. Oh. 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 Ich liebe unsere kleinen Babys. Ich glaube, unten sind noch welche, ne? Testen wir mal. So, warte kurz. Okay, das war... ...was zum Teufel ist. Süß. Süß, die Angela. Okay. Why'd you let me sit there gathering dust? Are we fighting some guys or just hanging out? I'm down for whatever. Oh, sorry. We can stop chasing you if you like. Okay. Das sind sehr schöne Bilder, aber wir müssen uns noch ein bisschen angucken. Äh, ein bisschen umgucken, meine ich. Wir müssen uns noch ein bisschen angucken. Äh, wir schauen uns kurz ein bisschen um, aber auch unten. Was ist denn das da oben? Ein sehr schöner Palast. Generell alles sehr toll, aber irgendwie gibt es hier nichts. Okay, okay, okay. Oh. Ja, da kommen wir gleich mal hin. Das war die Kantine. Oh, leck... Mmh, lecker, lecker, lecker. Mmh, nom, 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 nom. Mmh, was für Kötzlichkeiten, die einfach präsentiert werden. Ein großer Traum. Oh. Geht er nicht zu dem Typen hin? Hä? Achso, ja, das wusste ich. Achso, ja, ja, klar, das wusste ich. Klar, klar, klar. Not Food. Ja, ich hätte gern 10 Kilo Not Food. Ähm. Ja, ein bisschen irritiert. Achso. Lama C Werfermod. Diese Augmentation hilft, die Creature etwas aufzulockern. Mit einem voll aufgeladenen Schuss kann er bis zu drei seiner kleinen Jungs. Oh, nicht bezahlbar für 3,5. Nein. Scheibenblase. In Gas. DuraHals Tank für 2,000. Shit, wir brauchen mehr Kohle. Für 3,5? Oh Mann, ich kaufe die Läden sonst immer leer. Aber ich kann, ich kann mir das nicht leisten. Wir brauchen einen neuen Paycheck, Leute. Hey, it's been a while, Bounty Hunter. Oh Mann. Ich will drei Bibis auf einmal gebären. Das wäre toll, das wünschen wir uns alle. Oh, da geht's raus. Na, dann testen wir das mal. Time's up, Motherfuckers. Alright, come to Sweezy. Achso. Ähm. Wir waren... Da war... Wir hätten direkt da... Wir kämpfen ja gegen irgendwen. Ich weiß aber nicht gegen wen. Wer sagt das? Wer... Ist da unten wieder alles? Was sind wir denn? Oh, ich werde dich holen. Ich werde dich holen. Ich werde dich holen. Ich weiß nicht, was ich gerade mache. Ich habe keine Ahnung. Okay, okay, okay. Ich weiß nicht, wo die noch Feinde sind, aber... Was? Da draußen irgendwo? Können wir denn hier hinterher? Ah. Jetzt weiß ich, wo die sind. Oh, da kommen wir... Oh, war der doch. Ah, da kommen wir hoch. Basso-Constrictor. Doch, ich kann ja auch landen. Ich bin hier gelandet, ne? Ja, okay. Super. I'm coming after you. Ah, shit. Hier ist wieder eine unsichtbare Wand. Ich hasse das. Wenn wir schon mal hier oben sind. Oh, oh, oh. 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 Mr. Tricky Shot. Mr. Mr. Good. Mr. Good Shooter. Oh, oh. Hier ist nix. Kann ich mir nochmal schnell ein bisschen Schlöppel die Schlöpp holen hier? So, gute Nacht. Ein, die schlafen gehen. Und wie gesagt, Vorsichtshalber. Ihr wisst Bescheid. Kommt gut rüber. Vorsichtshalber. Äh, ganz kurz. Wo müssen wir hin? Da ist noch was. Ich glaube, hier waren wir noch nicht, ne? Ach, gucke. Da ist der Renate. Angela's Grendel. Ich will auf keinen Fall in die Mitte fallen. Ich muss mich... Ha? Ha? Oh, off the wall. Hey, anyway. Hey, stop healing and let him kill you. Nothing. Alright. Here comes another big one. You and me, we got this. I need to bring over it. Ah, you know, earlier, when you saw me runnin', I wasn't really runnin', you know? I was just late for a meeting in this room. Nailed them. Oh, Alter. You better runnin', cause I'm almost ready to blow. Was, was, was? Hello again. Hey, look at me. I'm like Rocky. I'm like Rocky in the ring. And I'm punchin'. And I'm dodgin'. And I'm winnin'. I'm even like that Russian guy. Remember in Part 4? That was my favorite. Oh, that Russian guy is you. Oh, that Russian guy is you. Und ich lande genau in dir drin. Das darf doch nicht wahr sein. Aber, äh, they eat that shit like it's a sand. Warte, ich muss noch ein bisschen mehr rennen. Ja, ja, ja. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Ich wollte die ganze Zeit da oben Dinger reinschießen, damit wir an den Bienen rumfliegen können, aber ich kam nicht dazu. Ich kam einfach nicht dazu wegen diesen scheiß Dingern. Ein HP. Ja, naja. War geplant. Hä? Junge, Junge, Junge. Ich wollte die ganze Zeit da oben, da wollte ich die ganze Zeit reingehen. Das wollte ich die ganze Zeit machen. Hätte man hier schön schwingen können und hätten uns die anderen Dinger nicht gekriegt und so. Und dann muss ich halt die ganze Zeit mit dem Jetpack rumfliegen. Hätte man hier schön den hier machen können, den Schwingemann. La, 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 la. Dann werden wir hier so geschwungen. Dann werden wir hier wieder zurückgeschwungen. Wuhu, 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 na, 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 na. Oh, I love Jetpacking. So. Ja, die, äh, die Trashmobs haben wir gebrainwashed. Das Problem ist aber, da reicht ein Brainwash nicht. Die überleben das. Also die fetten Klopper, die wir gerade gesehen haben, die überleben das leider. Ach so, da ist der, der Falsche. Ach guck mal, den können wir damit auch werfen. Das ist ja geil. Warte mal. Hey, it's me again, Creature! Hm. Aber erstmal. Feels good, you're blind! So. Ja, so, da unten ist nichts. Okay, die Truhe haben wir. Äh, ach so, mit dem Ding wären wir jetzt da hochgekommen. Ah, naja, okay. Okay, na gut. Haben wir auch so geschafft. Ist hier noch irgendwas drin? Oh ja, hier. Äh. Okay. Darüber sagst du? Oh, fuck. Ich sehe, I see now my errors. Nein, da ist eine Alpha-Wand. Was soll das denn? Goddammit, fucking burns! Da ist eine fucking Alpha-Wand. Willst du mich verarschen? Da ist eine Klippe. Da, da kann man hoch, aber da ist eine Alpha-Wand vor. Weil wir müssen da vorher reinschusern. Das Spiel manchmal, ne? Das war obvious? Das war überhaupt nicht obvious. Guck mal, da kann man doch drauf gehen. Wo ist denn das obvious? In welchem Universum? So. Captain Heinzein wieder im Chat. Okay, warte. Dann machen wir mal ganz kurz den hier. Let's do this! Oh Mann. Sitzt aber, ne? I'm good to go. So. Flop, floppity-flop. Einmal rüber. Und jetzt. Oh nein. Monas Grendel. Oh, fuck my life. Direkt nächster, nächster. Hello! Oh! You're a one-self-bramed character, Percy. Team! Oh! 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 Fuck it! What the fuck? Stink! What the stink for? Fuck it! This fucking plan is supposed to be so off the grid. How the hell are you here? Ow! Goddamn! Fuck this fuck! Oh! Fuck! What the fuck are you when you get down? Oh! No! Son of a fuck! Bitch! Look, uh, you know, you humans. You're a tough bunch. I'll tell you that much. Fuck it. 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 Was? 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 Was passiert denn jetzt? Drotron? Aber ich hab schon zwei besiegt. Get ready to take on all three of us and, uh, uh, yeah, we were connected. Oh! That's so cool! I didn't know you could do that. You never showed me that before and that kind of makes me feel less out, you know? I'm back! Aw shit. Oh shit. Ich weiß überhaupt nicht. Gott, 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 was ist denn hier? Was zum Teufel? Wie soll ich das denn überleben? Oh, gar kein Bock. Ich will einen Grab von mir selbst. Untertitelung des ZDF, 2020 Versterum ist der nervigste Bossfight von allen. Oh, heilige Scheiße. Boah, Alter, ich kann nicht mehr. Das ist ein super nerviger Kampf. Das ist ein super nerviger Kampf. Oh, holy shit. Oh, meine Arme. Holy shit, was für ein ätzender Kampf war das denn? Oh. Oh, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. So, kann man die noch? Ach, ah ja. Mit einem Scheibenwerferverbindungen durchtrennen, ich glaube nicht, dass es geht. Das Einzige, was ging, also ich weiß nicht, ob es geht, aber was ging, war auf jeden Fall mit dem Kollegen hier, die zu, die zu brainwashen, weil die haben ihre Angriffe dann ausgesetzt zumindest. So, haben wir den, haben wir, haben wir alles? Oh, fuck yes, three to one sitting. Each one more visually better than the last. You know what, I don't see this often, but I'm fully sated right now. I actually need a rest. Oh, okay, haben wir alles, ne? You there, Bounty Hunter. Ja. Yeah, that's right. I know who you are. And I want you to know, how fucked you've made things for yourself. You were living in heaven, before you medaled with the G3. Oh, okay, that sounds bad. Bounty Hunter. I've got the two most important people in your life, and I'm going to kill them. But not right away. First, I'll make things miserable for them. They're going to suffer as much as you've made me suffer. Uh-oh! I'm not going to ask you to stop. I doubt you'd listen. I'd just like to inform you that I'm going to make sure you die. And that it's going to hurt. I'm a lot. Ha, 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 ha. Besides, you won't even be able to get to my new base on Earth without the proper coordinates. So just sit tight, until I come to kill you myself. Sorry, Bounty Hunter. Well, stop him, I promise. Ja, mit deinem Baby auf jeden Fall. Das klappt super. Well, that was fun. Thanks for having me. Where do we go now? To your home base? Ich, ich weiß noch nicht. Äh, die beiden Menschen in meinem Leben, die in meinem Wichtigsten sind. Welche könnten das in diesem Fall denn sein? Der andere Kopfgeldjäger und Schwessi-Herz oder die Eltern oder, oder, oder wer oder was oder wieso? Warum oder? Eltern wahrscheinlich. Aber die sind ja gar nicht mitgekommen, oder? Ja. Oder, oder wahrscheinlich, so wie ich das Spiel kenne, wahrscheinlich irgendwelche völlig unwichtigen Leute. Irgendwelche völlig unwichtigen Leute. Haben wir noch, haben wir noch eine Truhe? Nee, ne? Jetzt kommen wir hier. Da kommen wir nicht wieder hoch. Juuuut. Da hinten waren wir schon. Bevor wir zurückgehen, nur noch ganz kurz checken, ob wir auch alles truhen, technische... Da ist noch eine. Da, gucke. So, die haben wir mitgenommen. Da drüben, weiß ich nicht, wie wir da hinkommen. Da drüben waren wir auch schon, ne? Bei dem Wasserfeld. Da hinten geht's noch rein, aber dafür brauchen wir Scheiben, glaube ich, ne? So, wir gucken gleich mal. Wir gehen mal wieder zurück und dann schauen wir mal, wen er meint. Wo war denn hier? Da. Oh nein. Also, das war's schon. Everyone else is too traumatized to talk right now. Sorry. We just keep getting captured over and over again, you know? It's a lot to take in. I'm still able to talk because I've been captured the most. I'm just kind of numb to it now. Means nothing to me anymore. Don't worry about us. We'll find our way home. We just need a minute to catch our breaths and recover from all the trauma. It's a lot of trauma. Trust me. I'm an expert in being traumatized. Okay. Seems like you want some kind of reward or something. Because, uh, we don't really have any rewards for you. We've been held prisoner for a bit and we don't really have anything. So, uh, thank you. Is that enough? Ich, ich meine, wenn vielleicht haben... Da ist ja, da ist ja bestimmt noch irgendwas, was... Da ist ja bestimmt noch was drin, oder? Ein bisschen dankbar... Da wär, wär schon... Also, da muss doch... Oh, actually, you know what? The trauma's catching up with me. I'm gonna need to dive deep inside my psyche for a bit and not talk anymore until my brain's all leveled out. I'm not gonna say anything anymore. None of us are. If that feels weird, remember, it's just because we're irreparably traumatized. Stop trying to kill everyone, Jesus. Was? Was? Hä? Es Pan, die hat so'n Einfluss auf mich. Da, da kommt man noch nicht lang, ne? Da brauchen wir noch irgendwas. Ah, okay, warte. Wupp. Let's go. Ja, sicher. Wo ist mein... Wo ist ein Schwesterherz? Wir türmen ein Bounty in, ja? So, give me money. Kriegen wir über drei Tau... Ja! Oh, yeah. I actually wanted to run something by you. How would you feel about me maybe fixing up my old bounty hunting ads, maybe putting you in them to trim a business? I mean, my name will still be bigger than yours in the logo, but we'd be stupid not to capitalize on your growing reputation. Yo, you guys are fresh out of Frendalo's. Oh, hey, I'm Twig. I'm dating your sister. Oh, Twig. Twig, you need to leave. Um, Lizzie says it's cool if I'm here. You're just gonna let this sack of shit eat all my Frendalo's and tongue kiss your sister? I'm the one who bought those fucking Frendalo's. Oh. And leave Twig alone. You know he has a barbed tongue and he's very sensitive about it. I can go. No, Twig. You're staying. Tell him he's staying. Look, he doesn't even love you. He's just after our house. It's our house. Exactly. Hey, Twig. You gotta be careful around Lizzie. She's just gonna hit it and quit it. Real heartbreaker. I'd get out now while you're still in the green. And hey, you want a real lover? Talk to me. Don't you have a galaxy to fuck? Come on, tell him to leave. Twig. Twig kann bleiben. Twig sollte verschwinden. Ich halte halt so, ich halte halt so Schwesterherz, oder? Ich sag mal, ich sag mal, Twig kann bleiben. Oh my God, you're so indecisive. Gut, dann muss er weg. Nein, ich sag mal, ich will halt so Schwesterherz. Ich mag den nicht, aber... Thank you. I appreciate it. But honestly, it's my house too. So I don't even know why I have to fight for this. I'm just so pissed at everyone. Oh. Not you, Twig. I love you, baby. Ah, disgusting. Look at this. They're not even the same species. Do you know how many holes he has? And they're all really advanced level holes. Miss? You really gotta take my nephew instead. His holes are more your speed. Shut the hell up, Jean. I am sick of your shit. All you do is sit on our couch and mope about how sad your life is. You're a leech trying to eat all of our friendalos and use the only family I have left to relive your glory days. Hey, your family's doing a great job. You know how hard it is to kill that many high-level bounties in such a short amount of time? I mean, it's not as fast as I could have done it, but, uh... I know they're doing a great job and I'm proud of them. But I'm stuck here dealing with you all the time and you're fucking pathetic. Tell him how pathetic he is. Jean is erbärmlich. Jean geht gerade ein paar Dinge durch. Warum... Ich will einfach nur Kopf... Lasst mich doch aus eurer Scheiße raus. Jean... Ja, natürlich ist er erbärmlich, aber der hat ja halt auch Probleme, ne? Ich... Weil... Ja, komm, wir sind mal so... Wir sind wieder sehr unentschlossen. Hey, come on. Don't make it sound so sad. Look, I admit I wasn't in a good place when you found me, but I feel like I'm part of your family now. I'm basically your dad now. Nein. You too, Lizzie. I'm your dad. Nein. I'm just worried about you dating this weird freak who just wants to steal my couch away from me. You can call it your couch when you start paying rent. Until then, no complaining about who lives here. Lives here? He's gonna live here? I mean, if you think we're ready, Twig. Oh, yeah, sure. Hey, shut up, Twig. This isn't about you. Why? Because you're worried you'll have to share a cushion? No! Because I... Because I'm concerned. You barely know this guy. And it's dangerous out there for humans. Oh, that's rich. And condescending. I am not an idiot. I know what I'm doing. You're cool with Twig moving in, right? Why are you taking so long? Ich will nicht, dass der einrückt. Ich... 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 Ich trau... Ich kenn den Twig überhaupt nicht. Und ich glaube ganz ehrlich, der ist halt ein furchtbarer Nutz... Nutz... Nichtsnutz. So, ne? Nutzlos. Ein furchtbarer Nutzlos. Der ist... 100 Pro ist der nutzlos, oder? Also, ich würde nicht sagen, dass der einrücken kann. Ich glaub nicht, dass er lieb ist. Ich glaub, der ist einfach voll der... Ich glaube, dass halt voll der... Du sagst, du willst deine Schwester unterstützen. Ja, aber doch nicht, wenn der Typ hier einzieht. Hä? What's it gonna be? Ich glaube... Ich... Ich kenn den nicht mal. Würdest du irgendwen, den du nicht kennst, bei dir einziehen lassen direkt? Würdest du's tun? Würdest du's tun? Hm? You're gonna make up your mind. Halt die Schnauze. Fragt Chad gerade. Ja? Ja? Einen, der so richtig nutzlos ist? So richtig nutzlos wirkt? Ja? Weiß nicht. Also, ich finde... Ich glaube, man sollte zumindest erstmal jemanden... Also, zumindest mal kennenlernen oder zumindest mal ein Gespräch geführt haben. Zumindest ein Gespräch geführt, wär gut. What? Did you go deaf? Make a choice. Äh, ich bin da vielleicht... Ich bin da vielleicht ein bisschen... Weiß ich nicht. Also, ich würde zumindest erst ein Gespräch führen. So völlig random bin ich vielleicht ein bisschen zu... Hat das Leben mich vielleicht zu paranoid gemacht? Keine Ahnung. Äh, ich mach... Ich mach... Ich mach das zweite Mal. Hell yeah. That's the right call. Twig's a creep. You think I'm a creep? You are a creep. Everybody better stop calling my boyfriend a creep. Effective immediately. You know, I just didn't realize I was a creep. Oh, that's enough of this. Twig, let's go to the park. To... 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 Andererseits, hätte ich vielleicht für Content, hätte ich ihn einziehen lassen sollen. Eventuell. Genau, heißt ja nicht, dass wir ihn hassen wollen, wenn wir ihn nicht einziehen lassen. Genau, so ist es ja nun nicht. Willkommen zu... Na, würdet ihr den einziehen lassen? Hm? Den würdet ihr also einziehen lassen. Einfach so. Ja? Den würdet ihr einziehen lassen. Ist also kein Problem, den einziehen zu lassen. Mhm. Mhm. Chat, mhm. Da sehe ich euch. Ja, da sehe ich euch. Und dat seid ihr. Dat seid ihr, nachdem er eingezogen ist. Ja? Wollte ich nur vielleicht mal feststellen. Das passiert ja nämlich. Das passiert ja nämlich.